Hallo mein Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zur Sonntags-Mod-Folge hier auf meinem Channel. Willkommen zu einer neuen Folge, eine Mod vorgestellt. Mein Lieben, ich freue mich so sehr, dass ihr wieder reinschaut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr merkt schon, mir geht es von Tag zu Tag wieder ein bisschen besser. Es freut mich auch selber. Und ich habe euch ja für den Sonntag hier eine kleine Mod-Folge versprochen, die ich euch schon am Mittwoch präsentieren wollte. Und zwar präsentiere ich euch heute die Balanced Specialists. Was sind die Balanced Specialists, mein Lieben? Der Modder beschreibt es folgendermaßen und zwar dient diese Modification-Sammlung bzw. diese Spezialisten- und Items-Sammlung als eine Art Lückenfüller von verschiedenen Produktionsketten, die bis hier in Anno 1800 mit Mods eigentlich noch nicht angefasst wurden. Das können die verschiedensten Produktionsketten sein. Zum Beispiel hat er Spezialisten am Start, die zum Beispiel auch Restaurants boosten in ihrer Herstellungszeit. Dann hat er zum Beispiel hier, ihr seht es hier unten, für alle, ja wie soll ich das sagen, für alle chemischen Produktionsketten und so weiter. Sofort mit verschiedenen Produktionsbooststufen, mit verschiedenen Boni dabei, mit verschiedenen Mali dabei. Dann hat er einige legendäre Spezialisten auch mit am Start, die garantiert über die GU17 mitkommen werden. Weil ich schätze mal, so wie die Spezialisten aufgestellt sind, ist die direkt für eine, ich sage mal für eine Produktionskette gut. Und das freut mich auch so sehr, weil ich habe euch drei Spezialisten rausgesucht, die ich euch dann in einem kleinen Gameplay vorstellen möchte. Was heißt das? Wir gehen direkt ins Detail. Was können die? Für welche Produktionsgruppe sind sie gut? Und ich garantiere euch, da haben wir einen neuen Braumeister dabei, der, ich sage mal, der mehr ist, als wie es den Anschein erweckt. Das garantiere ich euch. Die Produktionszeit wird dort richtig, richtig gut erhöht. Das garantiere ich euch. Mein Lieben, bevor es heute reingeht, bevor ich in einem kleinen Gameplay euch meine drei, ich sage mal, meine drei Favorites an Spezialisten zeige, möchte ich euch noch ganz kurz was ansprechen. Und zwar, das ist keine Werbung oder so, das betrifft wirklich jeden von euch. Jeder von euch hat von Anno 1800, wenn ihr mit Mods spielt, zwei Cage-Ordner. Ja, richtig. Ihr habt nicht nur einen, ihr habt zwei Cage-Ordner. Was hat das da damit auf sich? Der eine Cage-Ordner behybergt sämtliche Modifications. Da sind die Daten niedergeschrieben. Und bei dem anderen Cage ist im Prinzip alles, was Anno 1800, alles, was Engine, Vanilla und so weiter so ist, ist in dem anderen Cage-Ordner drin, ich sage mal, verankert. Wenn ihr, wenn einer Mod von euch nicht mehr laufen sollte, nicht richtig funktionieren sollte, ihr installiert irgendwas und dann merkt ihr, hey, da gibt es irgendeinen Glittering-Effekt oder so, dann seid so gut, steht das Spiel aus und löscht bitte alle beide. Ihr wisst ganz genau, ich predige das immer, den einen Cage-Ordner findet ihr direkt im Ubisoft Game Launcher, da müsstet ihr den Ubisoft Launcher bitte nochmal schließen, einfach rechte Maustaste auf diesen runden Planeten oder so, das so ein bisschen vielfarbig ist, einfach rechte Maustaste und dann bitte auf Beenden drücken. Dafür müsstet ihr Anno 1800 verlassen haben. Und den anderen Cage-Ordner findet ihr direkt bei euch im Mod-Ordner drin. Klickt einfach in den Mod-Ordner von Anno 1800 rein und sucht da den Cage-Ordner und bitte löscht den raus. Da sind so viele Daten drin, das ist unglaublich. Wenn ihr danach das Spiel startet, dauert es mindestens mal ein, zwei Minuten, als sich die ganzen Daten im Hintergrund wieder aufgebaut haben. Aber ich garantiere euch ein wirklich besseres, flüssigeres und stabileres Spielerlebnis. Okay, das versuche ich jetzt in jeder Folge zu sagen, dass ihr bitte alle, alle, beide Cage-Ordner löschen müsst. Dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt gehen wir rein und jetzt zeige ich euch meine drei Favorites. Okay, meine Lieben, dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in der neuen Welt, ein herzliches Willkommen auf Sanno Domingo. Und ich habe euch ja versprochen, jetzt gerade hier im kleinen, wie soll ich das sagen, im kleinen Step 1, in dem ich euch mal die kleinen Modifikation mal ein bisschen näher gebracht habe, habe ich euch ja gesagt, dass ich euch jetzt drei Spezialisten dieser Balance Specialists mal in Detail vorstellen möchte. Es gibt noch viele, viele mehr. Klickt euch gerne durch die ganze Mod durch. Wie gesagt, alles verlinkt hier unten in der Beschreibung. Es ist alles kein Problem und ihr werdet euren Augen nicht trauen, was da hier nur noch an Modifikation bzw. an Spezialisten in dieser Modifikation noch drin ist. Angeblich sind es, das sind so roundabout, also ich habe es mal so unten mal so durchgeblättert, das sind so ungefähr 27, 28 verschiedene Bilder. Und mit den Spezialisten und Items, alles was es hier so gibt, kommt man garantiert auf so 35 bis 40 verschiedene Items vis-a-vis Spezialisten. Und das ist der absolute Wahnsinn, was hier in dieser Mod alles geboten wird. Wie gesagt, der Modder, der hat ja dann gesagt, dass er das so ein bisschen als Auffüller nutzen will von verschiedenen anderen Kleinigkeiten, die er, wo er gesagt hat, dass er die noch ein ganz kleines bisschen balancen möchte. Und deshalb möchte ich euch jetzt hier anhand dieser Modifikation nochmal meine drei, ich sage mal meine drei Favorites, gerade die wir jetzt ganz gut gebrauchen könnten für die neue Welt und für die alte Welt, die möchte ich euch mal vorstellen. Okay, ich brauche jetzt nicht so viel hier drin rumzuscrollen, meine Lieblingstaste für die Statistiken ist wie immer die Y-Taste, da habe ich mal extra mal draufgelegt, das war mal in den ersten paar Streams von Anno. Wie gesagt, wenn ihr da dabei sein wollt, gerne meinen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr auch die aktuellen Livestreams von Anno 1800 nicht. Da gehen wir die Items rein, ausgerüstet auf Lager und unbekannt können wir alles angewählt lassen. Und jetzt zeige ich euch mal die drei, wo ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall die ran zu holen, beziehungsweise sich da auch die Augen, immer mal die Augen offen zu halten. Wie gesagt, die gibt es bei der Isabel, die gibt es beim Eli und so weiter und so fort. Und bei verschiedenen Quests gibt es die dann auch. Und zwar machen wir hier mal los, und zwar machen wir hier mal los mit der Nikita Tesla. Was kann die? Das ist eine legendäre Spezialistin und zwar beeinflusst die alle Kraftwerke. Die hat die Produktivität von den Kraftwerken um 50% erhöht. Das heißt, selbstverständlich ist die Reichweite von diesen Kraftwerken um 50% erhöht. 50% erhöhter Arbeitskräfte, also wir brauchen für die erhöhte Reichweite, brauchen wir selbstverständlich mehr Arbeitskräfte. Das Ding hat eine 50% weniger Brandgefahr, 50% weniger Explosionswahrscheinlichkeit und gönnt uns noch etwas Attraktivität noch dazu. Also ich sage mal, das ist so ein schönes Rundum-Sorglos-Paket. Das ist nicht so viel, das ist nicht so wenig, aber ich sage mal, da ist es wirklich, da macht sich das merkbar, bemerkbar, wenn wir hier die Nikita Tesla direkt hier in eine, ich sage mal, eine Handelskammer reinquetschen oder zum Beispiel eine große Handelskammer, die man durch eine andere Mod bei uns komplett die Insel weit funktioniert. Können wir dann machen, wie ihr wollt. Das ist hier die Nummer 1 und ich sage mal, das ist so ein, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, Rundum-Sorglos-Paket mit einem ganz kleinen Attraktivitätsbonus noch oben drauf. Übrigens, Effekt für Expeditionen, Geschick und Rehbegabe, das sind manchmal zwei so Dinge, die dann so schön ineinander laufen. Und zum Beispiel könnte man auch da unsere Nikita Tesla da, ich sage mal, mitrekrutieren für so eine Expedition. Mein Lieben, das war die Nummer 1, wir gehen jetzt gleich zu die Nummer 2, das mache ich hier komplett ungeschnitten, ohne Skript, ohne irgendwas, sondern ich habe mich daher hier auf der linken Seite so ein ganz kleines bisschen vorbereitet. Wir machen dann hier, Achtung, auch schön, der Ferdinand von Zeppelin, der heißt tatsächlich so, der Ferdinand von Zeppelin, ihr merkt schon, ich bin wieder so ein bisschen nervös, macht aber nichts, ich habe lange keine Mod-Folge mehr gemacht, eine anderthalbe Woche für euch. Und der Ferdinand von Zeppelin beeinflusst alle Luftschiff-Ankerplätze. Bedenkt, dass wirklich in der Arctis, wenn ihr da dann so einen Spezialisten da dort habt, hat zwar 50% erhöhte Wartungskosten, aber 800, 300% verbesserte Verladegeschwindigkeit. Überlegt mal, ihr habt jetzt pro, ihr habt jetzt so ungefähr pro Sekunde 2 bis 3 Tonnen. Und dann habt ihr da plus 300%, also nicht auf 300% aufgerundet, sondern ihr habt da plus 300% dazu. Jetzt rechnet mal, ihr habt 3 Tonnen pro Sekunde. Bei 300% nochmal oben drauf sind das dann 12. Das sind dann 12 Tonnen pro Sekunde. Jetzt überlegt mal, wie schnell das geht. Überlegt mal, wie schnell das geht, wie dann so ein Luftschiff dort oben die Waren löscht, gerade auf diesen Hochplateaus in der Arctis macht sich, unser Ferdinand von Zeppelin macht sich da deutlich, deutlich bemerkbar. Und außerdem mit Redegabe und nochmal zusätzlich Navigation für die Expeditionen, ist er eigentlich gut gerüstet, zum Beispiel auch mit der Nikita Tesla. Da könnt ihr dann so einen Clipper ganz entspannt losschicken, noch ein paar, ich sag mal vielleicht noch ein paar Vorräte, noch ein bisschen Bier eingepackt. Und dann könnt ihr ja gut und gerne die kleinen Expeditionen locker, locker meistern. Okay, meine Lieben, das ist der zweite Spezialist gewesen. Und nun zum letzten Spezialisten. Und zwar habe ich hier noch den, ich habe mal dann nur irgendeinen rausgesucht, aber den finde ich ganz, ganz besonders toll, weil ich möchte es euch dann auch gleich nochmal zeigen. Und zwar Raul, und zwar ist das der Braumeister Raul. Was macht den Braumeister Raul so einzigartig? Der Braumeister Raul boostet unsere Hasiendabierbrauerei um 50%, bei 25% weniger Wartungskosten und anstelle von Mais verarbeitet das Gebäude auch Hopfen und stellt nochmal zusätzlich jede dritte Tonne Bier her. Das heißt, wir haben jetzt einen Ausstoß von ungefähr einer Tonne pro Minute. Packen wir da die 50% oben drauf, kommen wir dann so ungefähr, ja, ich schätze mal so auf 40 Sekunden pro Tonne. Okay, bei 40 Sekunden pro Tonne reicht jetzt kurz aus, jede dritte Tonne, also das heißt im Prinzip in zwei Minuten produzieren wir dann drei Tonnen und dann pro, und dann pro jede dritte Tonne wird noch eine Tonne zusätzlich produziert. Das heißt, rechts kurz runter, innerhalb von zwei Minuten stellen wir jetzt knapp vier Tonnen Bier her. In zwei Minuten stellen wir jetzt vier Tonnen Bier her, das macht roundabout in einer Minute zwei Tonnen Bier. Und das nur bei einer Produktivitätserhöhung von 50%. Aber das, was sich halt bemerkbar macht, ist hier unten die zusätzlichen Waren, die ihr nochmal da Bier reinhaut und anstelle von Mais verarbeitetes Gebäude Hopfen. Ja, den Mais können wir dann halt nicht mehr benutzen aus der neuen Welt, kann man halt hier schön Mais anbauen. Da müssen wir uns halt zum Beispiel über die Speicherstadt, für die Bierbrauerei zum Beispiel, hier können wir uns über die Speicherstadt mit Hopfen zum Beispiel eindecken, wenn wir das möchten. Das müssen wir dann zusätzlich anbauen, können wir natürlich auch machen, in der alten Welt oder im Kapschwellani oder so. Ich zeige es euch nochmal kurz hier. Hier ist dann die Hacienda Bierbrauerei, die hatte ich schon mal testweise hier unten hingebaut. Wenn wir dann hier diese Bierbrauerei, soweit es geht, dann hier unten hingebaut haben, wissen wir ja, dass in der neuen Welt über die Hacienda-Mod, dass es Getreide gibt, beziehungsweise Mais, mit den Zweien können wir dann schönes neue Weltbier brauen, das ist alles kein Problem und dann fliegt halt hier eine Wache weg und dafür wird halt dann der Hopfen hier reinkommen. Das schauen wir uns gerade nochmal an. Unser Braumeister Raoul, der ersetzt halt Hopfen von Mais. Also der Mais, der fliegt dann hier raus, das Getreide bleibt, der Mais fliegt dann hier raus und dann ist halt hier Hopfen up to date. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir halt den Hopfen hier entweder durch die Speicherstadt beziehungsweise durch die alte Welt, beziehungsweise durch Kingsgrove, wenn ihr das als Mod habt oder durch Kapschwellani oder so, dass ihr das hier ankart, beziehungsweise auch über die Luftschiffe, was jetzt schön möglich ist, immer einen schönen Luftweg schafft. Und dann könnt ihr hier auch euer Bier brauen mit viel, viel erhöhtem Volumen und wie gesagt, ich habe es euch ja gerade eben gezeigt, 50% Erhöhung macht hier das Doppelte schon aus beim Braumeister Raoul. Übrigens, meine Lieben, klickt euch wirklich gerade durch die Modification mal durch. Ich würde mich da riesig freuen. Lasst doch gerne mal auf Nexus Mods gerade ein bisschen Feedback von da oder so, wenn ihr euch da angemeldet habt. Der freut sich da riesig drüber und hat sich sehr, sehr viel Arbeit gemacht. Vor allen Dingen hat er wirklich probiert, keine Spezialisten oder keine Items zu kreieren, die wirklich gecheatet der Natur sind, sondern die wirklich noch eine relativ gute Balance haben und die dann einfach etwas mehr von der Ware produzieren, beziehungsweise wenn sie mehr produzieren wie gerade eben der Braumeister Raoul, dann müssen wir halt gucken, dass wir die Waren aus einer anderen Welt her transportieren. Okay, meine Lieben, dann bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Mod-Folge hier wieder dreht. Es hat mir riesig, riesig Spaß gemacht, euch auch diese kleine Mod-Folge beziehungsweise diese kleine Modification vorzustellen. Und denkt bitte daran, wenn ihr die Mod installiert, bedenkt bitte, löscht bitte den Cage-Ordner. Egal ob den von Ubisoft und egal ob den im Mod-Ordner drin, ich sage es ab dieser Folge, sage ich, bitte löscht alle beide. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Lieben, der vierte, vierte rückt immer näher. Ich schätze mal, wir sehen uns vielleicht nochmal in ein, zwei Folgen vor der GU17 und dann bin ich mal gespannt, was dann die GU17 für uns bringt. Bis dahin, alles Gute, bleibt schön gesund, euer Zanto. Ciao, ciao!